Ich freue mich einfach für so einen Abend mal wieder als Gastgeber oder auch als Team unterwegs zu sein und es ist unsere Riesenherausforderung einfach auch mal nicht in unseren eigenen vier Räumen zu kochen. Wir kochen sehr gerne außer Haus und gerade hier in der Location, das macht es besonders viel Spaß.